Der High-Low-Roller-Slot Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Der High-Low-Roller-Slot von Sigma Gaming zeigt auf den Walzen die vertrauten Symbole von Früchten und Supercellen. Obwohl das Spiel wie eine klassische Früchten-Maschine aussieht, ist es auf dem neuesten Stand der Technik in einer Reihe von modernen Spiel-Futures. Der High-Low-Roller-Slot versetzt dich zurück in die guten alten Tage der Früchten-Machines. Lass dich aber nicht von diesem klassischen Styling blenden, denn dieses Spiel bietet eine qualitativ hochwertige E-Gaming-Erfahrung. Dafür sind sicher seine Bonus-Futures verantwortlich. Das Gainball-Future kannst du nach jedem Gewinnspiel. Das kleine Männchen wird hier das Glas Bier durch eine Slot-Maschine ersetzen. Du musst hier raten, ob die nächste Zahl auf dem Automaten höher oder niedriger als die auf dem Display ist. Liegst du richtig, verdoppelst du den Gewinn. Liegst du falsch, geht es mit leeren Händen zurück zum Hauptspiel. Der Jackpot Chance Wheel wird durch fünf High-Low-Roller-Symbole ausgelöst. In diesem Jackpot-Spiel siehst du ein Rad voll mit Zahlen sowie eine Anzeigetafel. Wenn sich das Rad dreht, musst du wählen, ob die nächste Zahl höher oder niedriger als die letzte ist. Du gewinnst hier Geldpreise und Mystery-Picks, wo deine Gewinne mit Multiplikatoren erhöht werden. Mit dem Charme der Old School Games und den vielen neuen Futures ist der High-Low-Roller sicher ein Spiel, das Spieler auf allen Ebenen ansprechen wird. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.